Ich hab ja mehr. Wir kommen ja bald noch an das Doppelte ran. Ja, ich weiß jetzt nicht wie lange das Gelaber noch dauern, aber ein bisschen Gelaber kommt ja noch. Ja, das stimmt. Da muss ich dann auch mal abschneiden und ein bisschen Hitman machen kann, weil Hitman dauert nicht so lange. Dann kann ich... Dann fällen wir ein Messe für 3 oder einem anderen Teil. Aber der Axios kommt ja jetzt noch auf der Welt viel zu machen. Final Fantasy 10. Ist auch schon am Anfang. Weißt du was schlimm ist? Was? Was? Final Fantasy 15. Ja, Final Fantasy 15 kommt ja auch noch. Hitman ja auf jeden Fall. Wann ist jetzt eigentlich genau der Termin? 30. September. Was ich dabei bleibe. Dann geh ich von aus. Da geh ich auch von aus. Bei Handys kann's eigentlich davon ausgehen. Ich freu mich nur, wann Final Fantasy 9 mal für PC kommt. Und dann, wenn's für ein Handy kommt? Ist das schon für ein Handy lange draußen? Echt? Ja, natürlich. Okay. Schon, keine Ahnung, schon einen Monat oder zwei Monate oder so? Das ist schon ewig lange auf dem Handy draußen. Ja, dann weiß ich nicht. Auf Handy kostet das 23,99 glaube ich so ungefähr. Und jetzt wird es ja auch nicht. Ja, denke ich dann auch. Ja, ja, das war sehr stark so. Das werden wir am 12. werden wir das zeigen. Ich und André. Ich will halt kein Esel sein, deswegen. Ich will halt kein Esel sein, deswegen. Ja, freu ich mich auch. Duke Souls. Das haben wir sogar schon. Wir haben schon Duke Souls 2. Duke Souls, ja, das haben wir. Wir haben's schon. Ja, wir haben. Dark Souls 3. Heute vorbestellt. Ganz frisch. Nee. Gestern. Ja, Entschuldigung. Ist ja jetzt schon wohl nur 13. Achtung, wir haben Olli verloren. Wir haben Olli verloren. Olli ist ja hoffentlich einfach geradeaus gelaufen, ne? Ich steh hier irgendwo. Beim Endboss einfach geradeaus weiterlaufen. Runterspringen und dann ein Stück zurück. Springen. Oh mein Gott, der steht aber. Du warst so hoch, hast du Angst? Richtig dran. Richtig dran. Hier, nehm ich an. Was, dein Pferdchen? Keine Ahnung. Oder hier. Nee, geht hier nicht. War schon lange nicht mehr bei dir. Ich wollte erst noch ein bisschen Wasser klauen, aber. Keine Ahnung, was mit dem Pferd ist. Ich klaue den ja sonst immer nur Wasser und stell dann einen leeren Tank dahin und dann auf jemand fühlt sich auf, bis er wieder da ist. Kannst du das abgeben? Ja. Hm. Was ist das denn? Nur ein Level hier drin gemacht. Ja, ne? Was ist das denn für ein Scheiß? 68. Können wir nicht schon Burg? Ein Level müssen wir noch machen. Ah ne, wir müssen 70 sein, ne? Ja. Auf geht's, ab geht's, nächste Instanz. Annehmen. Ich muss mal was trinken, ich kann die ganze Zeit mal was trinken, ich komme da nicht zu. Ja, dann mach. Blutkessel, äh, hier, äh, nicht Blutkessel, wie heißt das? Doch, Blutkessel. Doch, Blutkessel. Auch in Night Krypta nochmal. Doch, Blutkessel. Nein. Nein, wie heißt der dritte? Auch in Night Krypta. Zitadelle. Zitadelle. Höllenfeuer, Zitadelle. Das ist doch immer was. Zitadelle. Auch in Night Krypta. Nein. Zitadelle. Oli, nimm an. 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 Los. Ja, wenn du tragisch schnell umziehen willst, zieh zu uns. Wir brauchen ein produktives Mitglied. Was? Mechana, ich war hier noch nie. Mechana. Alter, wie ist das her, dass ich hier war? Alter, wer darf André Wissen rausholt. André, hast du nicht SDM? SDM? Nein. Doch, hast du. Dann kriegst du nicht SDM. Nein, SDM. Hab ich jetzt. Nein, mit 81, wie ich sehen, der macht. Was? Was? Kommt die jetzt her? Ja, die kommt hier auch. Der ist halt dickig. Oh Mann. Wie war die denn noch, André? Kennst du die noch? Ja, aber irgendwie pult hier gerade einer alles. Find ich das? Ich weiß, ich kann auch der Krieger sein. Aua. Tu mir Aua, André. So schnell kann ich gar nicht hier hinten spellen, wie du dich wieder vollst. Das brauchst du ja auch mal. Achtung, da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Der hat mich gepult. Der hat mich gepult. Oh ja, Entschuldigung, ich habe gepult. Es ist mein Fehler. Es ist mein Fehler. Es tut mir leid. Ich gelobe Besserung. Ich spiele Priester. Was soll ich spielen? Priester. Ja, mache ich als nächsten Charakter. Der kann sich doch aber auch als Paarler den Kleid anziehen, oder nicht? Okay. Ist das kein Kleid? Das ist eine Robe. Eine Robe. Was ich zahl? Was zahl ich dir? Zwei neue Pferde. Und einen Apfel. Zwei neue Pferde und zwei Äpfel. Und ein Schwein. Und ein Schwein. Du darfst David einmal am Tag anzünden. Nein. Ich stimme diesen Vertragsbedingungen nicht so. Du hast deine Seele verkauft. Den du unterschrieben hast, dass du mit mir als Geld in HD zusammenarbeiten willst. Da möchte ich gerne noch mal mit meinem Anwalt drüber reden. Ich bin dein Anwalt. Ich sage, es ist alles okay. Nein. Ich habe einen viel besseren Anwalt. Du sagst auch, es ist alles okay. Nein, ich habe einen noch besseren Anwalt. Nein, ich habe einen noch besseren Anwalt. Oli sagt, es ist auch alles okay. Du kennst meinen Anwalt gar nicht. 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 Deine Oma. Deine Oma hat gesagt, wir sollen nicht mehr Ramp machen. Ich will ja auch keine Ahnung. Ich fühl mich so klein. Ich fühl mich so klein und unbedeugend. Warum bin ich da? Warum bin ich da? Warum bin ich da? Warum bin ich da? Wer hat da den Dicken gezogen? Wer hat da den Dicken gezogen? Der kann mir die Kasse drauf. Der ist nicht Tick, der ist höchstens Moppen. Der ist ja gut. Der den Dicken gezogen hat. Der war ihn jetzt schon. Dabei, 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 dabei. Weil das ist ja immer noch nicht drin. Boxenstopper. Ich bin dabei, aber allein ist es noch ein bisschen. Soll ich auch noch auf die D-U wechseln? Nein, rein noch nicht. Was ist das? Was ist das? Alter, ich bin... Alter. Alter, was ist das? Warum haben... Was? Warum kriegen jetzt alle hier Schaden? Ich mag die Indy nicht. Den Schatz abgeben. Weiß nicht, der hat der Boss hier mit Plus Minus zusammenstehen? Also Plus und Plus und Minus und Minus. War das nicht... Das war doch ein Naxxramas der Boss. Das ist der, was ich tue. Ja, das... Ich meine, das ist hier auch bei dem Boss. Äh... Draga, stecken Sie doch bestimmt. Äh... Äh... Nein! Äh... Nein, was denn? Bin ich nicht... Ich mach erstmal die Gruppen hier weg. Ich weiß sicher. Oh, Mann. Der von der Kolderick. Von der Kolderick. Daum wird. Oh, die habt schon wieder gelevelt, ihr Schweine. Wieso bin ich hier ein halbes Level hinter euch? Ich habe keine Arbeit gemacht. Das ist manchmal bei Werben, Freunde. Das ist halt der Nachteil daran. Ab und zu buckt das mal. Und du backst das mal. Oh, aber ein halbes Level jetzt nicht. Ja, aber das holst du irgendwann wieder auf. Glaub's mir. Wenn man backt das bei dem nächsten und dann bist du wieder dran und dann hat er weniger und 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 Alter, warte mal ab schon Oh Frestabgehen Aua Aua Eule würdest du fünfmal so viel schaden Mhm Vor allem nicht ohne Glyphe, im Sternenregen Oh, Entschuldigung, ein weniger Punkt Hahaha Hahaha Das war lustig, da brauch ich nicht immer losziehen, alles holen ist ja schon alles da Aber Ja, ist denn die Bombe Ja, ich hasse diese Bombe Na, ich weiß Ja ich weiß. Ne es war nicht eh. Er trage Spießer. Oh voll. Puh Ich muss mir da jetzt den Fahrstuhl hoch Tor da aufkriegen, ja Wir müssen das Tor aufkriegen Ich glaube wir müssen erst hier nach oben Hinter uns die Treppen hoch Ich weiß es, naja Ich glaube schon, weil er fliegt links auf das Gerät auf Der Gerät Der Gerät? Genau, der brennende Zorn Und er fehlt da noch Ich bin keine Petzel Nein Otto ist müde Wer ist müde? Otto Warum? Ich bin müde Otto ist müde Otto ist müde Auf der Seite auch noch so ein Schlüsselmeister Ich bin der Tor Ich bin der Tunnelgräber Ich untergrabe alles Doch niemand untergrabe mich Da ist noch so ein Tor Ich bin der Tor Ich bin der Tor Ich bin der Tor Ich bin der Tor Wächter Ich bin der Tor Until the Tor Ich bin der Tor Ich will ein Eis! Du kriegst kein Eis. Du kriegst kein Eis. Du bist schon Frostmagier, dann brauchst du kein Eis. Ohne Schatz, abgeben. Machen wir mal ein Eis. Sind wir alle rein looten? Dann müsst ihr noch alle looten. Der Aufzug ist da, nein. Den werde ich nie mehr kriegen. Dann kriegst du ihn. Nein! Aha. Wupp, 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 W Was? Muss ich das kontrollieren? Ja natürlich! Alter, du hast da hinten die Gruppe gepullt. Geht doch gar nicht. Dann hast du das gepullt. Das kommt schon eher hin. Das geht auch viel weniger. Stimmt, du stehst ja hier drauf. Hihihi, hihihi. Oh Mann. Ihr hängt nicht sehr in eurem Leben, oder? Du hast auch den Feuerelementaren auf. Der müsst ihr weglaufen. Können wir ihn nicht totmachen? Nein! Aua! Alter! Alter! Gib der mir ne Stelle und sofort mitgenommen. Das war natürlich jetzt sehr doof. Alle zu nah beieinander sind. Und wir ja auch noch range. Es ist ganz schön schwierig da, wenn die ganze Zeit anfeuerelementar hinter mir ist. Oh! Einer hat die Quest nicht. Welche Quest? In die Gehaaren. Hat er leer und r... Oli, hast du dir eine Quest abgegeben? Quests immer abgegeben, die an der Seite aufblenden. Richtig. So, hab ich. Ja, jetzt muss ich auch. Immer drauf achten. Nein, ich bin so schrumpft. Oh nein, ich bin so klein. Trepp in die Schiebein! Trepp in die Schiebein! Trepp in die Schiebein! Was ist denn denn? Fuß. Den Fuß. Ich wollte ihr den Fuß sagen. Ja, 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 ja. Ich verstehe schon. Oh, die schläft schon. Oh, die schläft schon. Und das ist ja auch schon spät. Vielleicht sechs Stunden noch, da. Um sechs Stunden, Stufe 70, das wird schneller sein können. Ja, es tut mir leid, ich streng mich das nicht so machen. Wir haben zwar zu wenig Damage, weil der David halt keinen Schaden macht. Der heilt ihn mal. Ja, schuldigung. Mach's was jetzt mal. Wenn er mich an sterben lassen, dann dauert es noch zwei Jahre. Das kann ich mir noch die nächsten zwei Wochen anhören. Drei. Mindestens drei. Ich glaub auch. Auf jeden Fall ne ganze Weile. Das kannst du dir sogar anhören in Spielen, die gar nichts mit WoW zu tun haben. Richtig. Du hast mich stehen. Ich sag auch, weißt du noch? Vor ein paar Tagen in WoW, also wir haben wir abkratzt. Jetzt in Minecraft töten sie mich auch. Mhm. Weil Chris halt also weißt Bescheid, in jeder, mindestens in jeder Folge, die du jetzt demnächst hochladen wirst, wird es einmal zu hören sein, David hat mich umgebracht. Denn David bin ich gestorben. Ja, wir nennen einfach ab jetzt jede Folge so. Hallo? Wo stimmt das denn, bin ich nun auch nicht. David hat mich getötet, David hat mich getötet, David hat mich getötet, David hat mich getötet. Ja, genau. Raga, stell dir bestimmt noch dein Pferd getötet. Gar nicht wahr. Sag mal, was habt ihr alles? Verschill ich gar nicht. Wir sind kollektiv für alles verantwortlich. Ab jetzt. Ich gehe gleich nach Hause. 50. Oh, egal. 69. Quest abgehen. Ohhhh. 69. Immer noch. Aber jetzt können wir so gut gut gerade demnächst gehen. Immer noch. Kann man nicht, weil er noch keine, doch können wir. Ab 69. Instanzgruppe verlassen. Ja, aber ich muss mein Inventar auch wieder leer machen. Sag der Oli das noch, oder will Oli Heier machen? Ah ja, das ist ne gute Idee. Ah ja, 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 ja. Aber erstmal machen wir David auf 70, oder? Ja, 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 ja. Aber erstmal machen wir David auf 70, oder? Sollte ich's selber machen? Sollte ich's selber machen? Sollte ich's selber machen? Sollte ich's selber machen, oder? Sollte ich's selber machen, oder? Bläh! Darf ich schreien? Was ist das? Ah, jetzt. Jetzt hast du's nimmischt. Ja, ich bin grad am Verkaufen und machen. Ja, ja, ja. Verkaufen. Ähm, Einkaufen. Das ist, äh. Das ist, äh. Das ist, äh. Das dauert jetzt noch vier Stunden, 20 Minuten, also. Da. Also noch eine Burg Utgarde, oder? Naja, du machst noch Bock Utgarde. Sind wir wahrscheinlich aber schon 74. Bitte? 24 Minuten? Sind wir aber schon 74, oder so? Schauen wir mal, ne? falls er nämlich wieder sterben ist ja könnte passieren davon gehe ich aus wenn du mich weiter so ärgerst das eingeschlafen auf der tassatur ist jetzt im boskel gerannt ich bin eingeschlafen ich mache jetzt das jetzt so heißt die ohrmiss baladin war nein zu dir sicher ziemlich ja ich spiel keine platten schwucht und ja das ist auch hallo das auch davon ist das ist eine Tore schock der drei Christ die sie treibt sich so will die eine nicht annehmen die sie treibt es sie ist sie haben wir jetzt einiger mit drin ne? ne? ich hab 3 angenommen noch ein Schamane aber, aber, ne doch, alles klar ah, der Schamane hat Krissat im damage auch gut ich war nicht bereit ja, das haben sie alle hmmm Waffenständer, Waffenständer andre ist er da gewesen waffen ständer andre ist er da gewesen der mir auf stanken konzentriert aussieht noch nicht konzentriert loch spät du machst doch einfach nur deine barriere an und dann ist gut die 20 22 reicht nicht mehr ganz das ist noch einmal haben wir der rechtschaffende machen ja siehst du dann reicht die augen siehst du auch wenn das schon Ich hab die Zeit mehr zu nicht kriegen. Schöner die Zeit. BIRN WAR DIE ZEIT! Mhhh... Nee, Cutter ist nicht mein Favorite. Mein Favorite ist Burning Crusade. Ich meine auch die vorhin Inhalten, die haben vom Spielspaß, den ich geboten habe. BIRNING CRUSADE. Da war der Paladin ausnahmsweise mal OP. Das war so richtig. War der nicht King doch auch? Ja, aber das zu PC war besser. Aber ich hab alle Dinger. Ihr könnt jetzt sammeln. Hinter mir ist auch noch einer. Okay. Der war der auch schon OP. Der hat ja allein schon mehr Schaden an einen Untoten gemacht als alle anderen. Also wenn du da alles konzentriert, der gegangen bist mit einem Paladin. Ja, aber ein Todesritter war immer noch besser. Nee. Nicht als ein Paladin. Nicht zu Licht Kick zeigen. Die hat doch allein schon die Buff, dass er 5% mehr Schaden an den Untoten macht. Ja gut, aber an den Bossen war ja auch teilweise mit ganz oberen Schaden. Ja, ganz oberen Schaden. Ja, ganz oberen Schaden nehmen wir die Schukeln. Die Schukeln haben möglich. Ja gut, das stimmt. Da haben wir so ein bisschen... Die Schukeln waren ein bisschen OP. Ja, was die denn? Bestimmt, die waren ein bisschen mies. Ich fand's toll, ich hab ein gespielt. Ich weiß. Ja, weiß was. Ja, weil ich nie mehr Deutsch bekommen hatte. Da war ich mit meinem Dekat-Fanken, André Koch. Neulich. Weil der grad Lust hatte. Und wir einen brauchten. Und was kriegt der Deutsch? Der brauchte auch noch Schuld. Der war auch beim ersten Mal. Nein, das war ein anderer. Schukel hat er später. Ja. Und da hab ich angefangen Magier zu spielen. Ja, da warst du vom Feuer so fasziniert, dass du den nie wieder gespielt hast. Nein, da hab ich noch kein Feuer gespielt. Hihihi. Ne, Arkane hat das glaub ich nicht einfach gespielt, ne? Ja. Die alle damals zu Licht King. Zu Licht King haben die alle damals Arkane gespielt. Ich hab mein Magier damals ja auch Arkane gespielt zu Licht King. Wo ich dir, wo ich noch keinen Todesritter hatte. Ja, Arkane war zwar schnarchig, aber... war damals halt so Licht King halt mit dir und an... der steckste... ähm... Magier-Spec. Im Prinzip. Ah, damals noch. Damals war alles anders. Damals war der Rasen... Damals brauchte der Jäger auch noch Munition. Ne? Ja, mir auch. Ich hab keine Feinde mehr. Ja, ich hab keine Feinde mehr. Ist ne Engie dabei. Ist ne Engie dabei, der wir grad ein paar... ein bisschen Munition herstellen kann. Oli? Ja, so ein paar hundert was. Links und rechts bitte einsammeln. Hier die Waffen stellen. Ah, hat Ständer gesagt. Ich weiß, dass er ne Waffe ist, deswegen muss ich ihn nicht immer gleich zu benennen. Ihr seid heute nicht schlecht drauf. Nein, wir sind doch nicht schlecht drauf. Wir haben doch Spaß, oder nicht? Ach doch. Oh nein, ich bin gestern. Ich kann keine Agots mehr. Oh, kannst du. Ich glaub an dich, André. Chuck, Chuck, du schaffst es. Ja, ich sehe Chuck Norris unter Hose ausgepackt. Ja, siehste. Die erstarren hat schon eher furchtbar. Ja, genau. Weil die von alleine stehen kann. Ich kann Chuck Norris unter Hose unter Hose. Das ist ne Tigerentenclub unter Hose. Ah! Ah, ich hab Heldentum! Ich hab Heldentum! Und die musst du immer alles vorhaben? Und ehrlich? Ja, Entschuldigung. Kampfhäuser. Kampfhäuser. Verkackte Allianz schon. Ja, echt. Verkackte Allianz schon. 1G nieder. Warte, warte, warte. Ich muss noch mal kurz was gucken. Oli links und rechts in den Ecken kannst du lügen. Alle links und rechts in den Ecken. Keine Echte, kommt schon ne Putz. Ja, kannst. Die mal ran sein, wenn der will ja. So, hab alle Wachen. Gut. Brauchen wir nur noch den Kopf. Und ich brauche noch die Wache. Ja, ist egal. Ja, danke. Ja, bitte. Oh, da liegen zwei Bomben. Dann seid ihr mir jetzt auch egal. 200 Meter. Ja. Ja, da wird dann 200 Meter. Wir sind nur 200 Meter weit weg. Ja. Wenn ihr V-Seite und euch nicht bewegen möchtet, dann seid ihr noch nicht. Bewegen? Das Kino ist auch nur 200 Meter weit weg vom Parkplatz, ne? Ja, gut. Das Kino ist auch nur 200 Meter weit weg. Das Kino ist auch nur 200 Meter weit weg. Das Kino ist nicht weit weg. 200 Meter sind wir da. Ja. Ja, Entschuldigung. Also, jetzt eine Stunde sind wir im Kino gelaufen. Ach. Im Regen. Im Regen. Ich bin nass geworden. Zucker. Ach. Warte, da kommst du aus einem Star Wars Film raus, wo man sich gleich Franchise andreht. Willst du Goodies haben? Ja, willst du Goodies haben? Ja. Der Film ist scheiß ganz bald. Ja, ja, der André. Jemand mag mich. Oh, jemand mag mich. Oh, jemand mag mich. Entspann dich. Oh, jemand mag mich. Ich hab'n Erfolg bekommen. Mich mag jemand. Ja. Doch. Mich mag jemand. Kann gar nicht sein. Wir haben schon wieder so einen Unsinn gemacht. Wir haben euch so oft gesagt, ihr sollt David nicht immer solche Flausen in den Kopf geben. Jemand mag mich. Jemand mag mich. Ich weiß er doch nicht wer, aber irgendjemand mag mich. Eigentlich von der Fraktion, der in den Wappenrock trägt. Ich glaube auch. Darf ich die Knaller zippen? Naja, zieht die Knaller. Boom. Ich hab'n Problem. Hab'n auch. Ich hab'n Müll an mich getrunken. Das wird bei mir zu bliehen. Nein, das ist Laktoseintoleranz. Bin ich auch. Das ist intolerant gegen Laktose, du Schwein. Bin ich auch. Und trotzdem trinke ich die Schalskerne. Das Problem ist, sind nur die Magenschwerte, die dabei entstehen. Schon sind die Gase, die dabei entstehen. Ja, das auch. Die Gase und die Magenschwerte. Das ist so ein bisschen schlüptert bei der Laktoseintoleranz, ne? Sei doch mal ein bisschen toleranter der Milch gegenüber. Ich bin voll tolerant, aber dem Milch ist Milch gegenüber nicht tolerant. Die Milch, dem ist es egal, welcher Hautfarbe und welcher Kerl oder Frau an der nuckelt. Du bist der Milch. Ja, wahrscheinlich. Du bist intolerant gegen dir. Ja, wahrscheinlich. Du bist intolerant gegen dir. Ja, wahrscheinlich. Du bist intolerant. Wieso bist du intolerant gegen Milch? Ja, ja. Warum bist du schon wieder da umgeputzt, werde dich noch hier und die Waffen sammeln. Hä? Ich wusste das ja nicht. Warum wollte ich das denn wissen? Ja, aber... Ich meinte nämlich sie einen einzelnen Schritt an. André, ich bewege mich jetzt nach vorne. Wollt. Immer noch? André, ich bewege mich 10 Meter hinter dir. Ich gehe jetzt zur Treppe raus. Ich pulle jetzt. Ich komme jetzt durch den Ausgang. Ich fange jetzt an zu casten, André, ne? Also ich... Carsten? Immer dieser Carsten heute, der ist jetzt präsent. Echt, ne? Dieser Carsten? Das ist wie dieser Blu-Ray, der in jedem Film mitspielt, ne? André, ich laufe wieder hinter dir her, ne? Ja, schön, sehr schön. Achtung, ein Proto drauf. André, ich gehe jetzt um die Kurve rum. Okay, okay, okay. Langsam aber, ne? Sonst hier könntest du das Haus rutschen. Ja, ich bleibe jetzt stehen, ne? Ich fange jetzt das Heilen an, ja? Sehr gut, sehr gut. Ich stelle jetzt ein Totem auf. Ja, ja, sehr gut. Ich heile dich jetzt nochmal. Das letzte Protokoll, ich gerne aber nachher noch schriftlich, ne? Ihr wird automatisch von Cortana gespeichert. Nicht. Von Cortana wird alles automatisch gespeichert. Nein, Cortana ist deaktiviert an mir. Ist gelöscht, deinstalliert. Du hast einfach so eine KI getötet. Du hast einfach eine KI getötet? Boah, du Mörder. 20 Jahre Gefängnis dafür. Cortana ist keine kürzliche Intelligenz. Warum willst du das wissen? Weil die nicht richtig mit mir kommuniziert. Ja, vielleicht will sie nur mit dir nicht reden. Wer hat sie sofort gemerkt? Boah, der ist ein Arsch. Mit dem rede ich nicht. So, Wunder. Ich werde mein Gesicht mit eurer Flut vermahlen. Achtung, Schmeckern. Mein Leben für den Todesgott. Bittre. Leben für den Asur. Mein Leben für den Asur. Mein Leben für den Asur. Mein Leben für den Asur. Ich hab gelootet. Wollen wir laufen? Ja, komm, wir laufen schnell. Oh, ihr seid schon wieder 71. Ihr seid schon wieder. Oh, weeeee. Was denn? Er ist tot. Wie hast du das jetzt geschafft? Ich hab's auf der Kante gelandet. Wie? Wie? Wie hast du jetzt geschafft? Er ist tot. Er ist mit Wasser in Ruhe gebrochen. Oh nein, da ist schon wieder ein Wasserloch. Ne. Tot. Hast du übernimmt, André? Ja, ich hab's geschafft. Er ist eine Kuh und Wasser. Ich glaub, da hat mir einer Wasserbandel gegeben. Nein. Warum glaub ich euch das nicht? Darf ich kannst du nicht sterben. Doch. Doch, kannst du. Ja, sowohl. Du musst da unten gucken. Sonst schlägst du auf. Aha, Oli, David hat mir eine Wasserwanne gegeben, der Saft. Ich hab dir kein Wasser. Ich bin ganz gut. War Oli da? Ja, klar. Also ich fass, ich fass definitiv nicht. Ich hab das nicht mehr in der Leiste. Ohne Scheiß. Was führt euch hierher? Ich hab nachher Kontrolle gemacht. Kannst du machen. Hallo? Oh, Arm, Armweil. Uh, chic. Bin ich hübsch? Ich hab fertig. Ich hab auch fertig. Instanzgruppe verlassen. Instanzgruppe verlassen. War jetzt Oli fertig. Oli, bist du fertig? Fertig. Oh, ja. Oh, wir haben gleich ein Uhr. Oli schwächelt. Er war heute aber auch armer. Oli musste. Hat ja Oli schwächelt. Oli war ja auch Oli müde. Oli müde. Oli hat ja heute im LKW geschlafen eigentlich. Ja, wir haben jetzt noch 20 Level vor. Nee, konnte ich ja nicht. Mein Kollege hat gesagt, er will nicht fahren. Oh. Du musst so sagen, du kannst nicht mehr fahren. Du hast den Führerschein verloren. Er ist nur für heute nicht da. Am Montag hast du ihn wieder. Du hast dein Portemonnaie vergessen. Ja, du hast deine Fahrerkarte vergessen. Mein Führerschein macht einen kurzen Tritt nach Flensburg oder was. Du hast deine Fahrerkarte vergessen. Ja, das macht er jetzt. Ich kann ja einen Ausdruck machen. Echt? Ja, das ist natürlich du. Um Ausreden, dich verlegen. Du hast kein Papier mehr für den Ausdruck. Ich hätte sagen können, ich weiß nicht mehr, wie man fährt. Das hätte mir schon eher geglaubt. Oh Mann, wir hatten einfach wieder Spaß. Oder ich habe mir gleich nach einer Aufstehenden eine Megatüte reingezogen, deswegen ist gar nichts mehr. Du bist eine Megatüte, ja. Eine Megatüte Haribo. Haribo, mach mal lieb. Das stimmt. Und? Und? So, was machen wir jetzt? Wir verabschieden uns. Wir danken uns. Ja. Ja. Wir haben 71 geschafft in... Schön, dass ihr uns treu geblieben seid. Ja, unsere treuen Fans. Unsere treue Fangemeinde. Unsere Fanbase. Obwohl wir solche Kackloops sind. Kackloops. Jawohl. Die Kackloops werden irgendwann auch mal wieder weitermachen, dann mit B.O.W. Definitiv, versprochen. Was erzählt man sich auf der Straße? Ich würde euch ja nicht vorenthalten. Nachher. Was? Ja. Ich bin schon wieder voll angefixt. Ohli steht nachher wieder auf und klingelt alle überall an hier so. Nee, aufstehen, wir weiterzucken, aufstehen. Hey, Jo, ich will ein bisschen weiter machen. Hintermann. Level 90. Nee, geht nicht. Ich muss morgen noch Final Fantasy aufnehmen. Sind noch genug Folgen da, macht immer keinen Stress. Da sind auch... Wie viele folgen sie da noch, Grisad? Sechs? Fünf? Ja, das kannst du auch Sonntag machen. Morgen ist... Ja. Heute ist Sonntag. Es ist schon Sonntag. Nächste Woche. Nee, geht nicht. Doch, weil der bin ich ja nicht da. Wieso bist du nicht da? Ich bin doch angeln nächste Woche, nackt angeln. Nein, ich bin von Freitag bis Sonntag nicht da. Der hat uns ja immer noch nicht eingeladen. Alter. Der will ja lieber alleine nackt angeln, weil er will uns nicht sehen. Genau. Wieso nimmt er uns nicht mit? Hast du Geheimnisse? Ja. Warum? Fünf Folgen. Das sind seine Real-Life-Freunde, die will er uns nicht vorstellen. Ich merke das schon. Nee, das wäre mir zu peinlich. Na gut, wir verabschieden uns dann aber auf jeden Fall, denke ich mal, ne? Einen guten Rutsch. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohe Ostern ist gerade vorbei. Happy Thanksgiving. Happy St. Patrick's Day. Frohes Halloween. Happy Halloween. Happy Halloween. Was haben wir noch? Äh, 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 Dunkelmond-Jahrmarkt. Dunkelmond-Jahrmarkt. Herzlichen Glückwunsch zum Dunkelmond-Jahrmarkt. Und äh, 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 hier, äh. Sommer. Sommer Sommer. Sommersornblende. Äh, Hannuka. Äh, Hannu. Ich geht's besser. Fröhliches Chinesisches Neujahr. War auch schon. Und ne schöne Bami Zau. Ja, ne schöne Bami Zau. Ha, ha, ha. Macht's gut. Haben wir ja, Thales. Tudelö. Tudelö. Bis zum nächsten Mal.